Was geht ab, lieber Tennisfreund? Du bist wieder bei meintennisgame.de. Mein Name ist Markus und im heutigen Video nehme ich dich auf einen Trauerspaziergang mit. Was heißt Trauer? Roger Federer ist zurückgetreten und ich wollte einfach mal das rauslassen, was in mir ist. Und ich bin schon traurig, also das ist jetzt nicht irgendwie für mich ein Anlass zum Feiern, wie wahrscheinlich für kaum jemanden. Gut, man muss jetzt auch nicht so tun, als wäre hier irgendwie irgendwas Dramatisches passiert, aber für uns alle war Roger oder ist Roger wahrscheinlich nicht nur der beste Tennisspieler aller Zeiten, also nicht der Beste, der eleganteste und schönste, sondern eben auch einer der sympathischsten Tennisspieler aller Zeiten. Und auch nicht nur Tennisspieler, auch Mensch. Jedenfalls will ich ein bisschen darüber reden, was Roger Federer für einen Einfluss hatte auf mich, auf meinen Tennis und ja auch auf die Sicht des Tennis allgemein. Also Roger existiert für mich persönlich eigentlich gar nicht so richtig ohne die anderen beiden, also ohne Rafa und Djokovic. Es ist für mich eher so ein Ding, dass es mit ihm angefangen hat und dass dann die beiden dazugekommen sind und das einfach unglaublich wurde. Also ich sag mal so, ich hab bei den dreien das Gefühl, dass der liebe Gott sich gedacht hat, komm, ich schick mal einen auf die Erde, der soll so Tennis spielen, dass es schöner nicht geht, dass es eleganter und leichtfüßiger nicht geht und den lassen wir mal so viele Wimbledon gewinnen wie noch kein anderer davor und das wird einfach der schönste Tennisspieler, also nicht optisch der schönste, sondern das wird einfach der ästhetischste und stilistisch schönste Tennisspieler, den es je gegeben hat. Den schicke ich mal auf die Erde, so vorsichtig, sonst breche ich mir normale Knochen. So, den schicke ich mal auf die Erde und dann schicke ich noch einen runter und zwar so ein Spanier, der wird einfach so lange kämpfen, bis er tot umfällt. Ja, den schicke ich mal rauf und damit die beiden sich nicht alleine duellieren, schicke ich da noch einen rein, so einen Gegenspieler, den alle dann nicht mögen, damit die beiden auch noch was zu tun haben und ja, dann haben wir die beste Ära aller Zeiten im Tennis mal geschaffen und dann gucken wir uns das mal an. So, würde ich das erklären, hat sich der liebe Gott das so zusammengeschustert. Und ich will jetzt nicht langlaufen, weil sonst sehen mich Leute hier mit einer Kamera quatschen und das finde ich immer irgendwie ein bisschen peinlich. Deswegen mal schnell weg wieder hier. Ja, so kommt mir das vor. Und jetzt, wo einer der drei den Schläger an den Nagel hängt, bleiben die beiden übrig und irgendwie ist das traurig, weil ich finde, dass die drei irgendwie zusammengehören. Jetzt aber speziell zu Roger Federer. Also Roger Federer, was hatte er für einen Impact auf die Tenniswelt? Das lässt sich ja gar nicht, das lässt sich ja gar nicht in einem Satz erklären. Also der hat ja, ich meine, wie viele Spieler wollen spielen wie er? Alle. Wie viele Spieler wollen so locker, so luftig, so leicht spielen wie er? Alle. Wie viele wollen stylisch, fashionmäßig so adrett sein wie er? Alle. Der hat einen Einfluss auf die Tenniswelt gehabt und wird er immer noch für die nächsten 100 Jahre haben. Das ist unglaublich. Wahrscheinlich wie kein anderer Spieler zuvor. Und dabei ist er eben so ein, ja, so ein lieber Mensch. Ich bin da mal vorsichtig, den Charakter eines Menschen zu beurteilen, wenn man ihn nicht selber kennt. Weil wir dürfen nicht vergessen oder Mann, Mann darf nicht vergessen, jeder Mensch ist wie der Mond und hat eine helle und eine dunkle Seite. Und Roger Federer auch. Er ist auch nur ein Mensch und auch er wird nicht immer everybody's darling sein, sondern auch er wird seine Momente haben, wo er böse ist. Ja, so sind wir Menschen nun mal. Das ist in uns. Aber nichtsdestotrotz war er auf dem Platz immer, immer Sportsmann und immer fair und hat selten, ja, irgendwelche Eskapaden gehabt. Und was mir am meisten eigentlich imponiert, und das sieht man ja in der heutigen Zeit eher selten, das imponiert mir übrigens auch an den anderen beiden, bei den anderen beiden sehr, dieses solide Leben, was er führt. Also solide im Sinne von, er hat jetzt nicht irgendwie jede Woche eine neue Frau, sondern der hat ein ganz, der führt eigentlich ein ganz solides Spießerleben. Also der hat eine Frau, zwei, vier Kinder und hatte nicht irgendwie das Bedürfnis, als Rockstar durch die Gegend zu machen, sondern, ja, das finde ich stark. Das finde ich wirklich stark, denn die Möglichkeiten hätte er alle mal gehabt, ja. Ja, und was man zu Nole und Nadal sagen kann, die sind ja auch eher solide aufgestellt. Und das finde ich stark, weil es ist einfach, es ist viel einfacher, jeden Monat, ja, irgendwie den Partner zu wechseln, sage ich mal. Das ist viel, viel einfacher und überhaupt keine Herausforderung. Und, ähm, sich mit jemandem, ja, zusammenzufinden dann und, äh, zusammenzubleiben und dann eine Familie zu gründen ist, äh, für mich, also das, das imponiert mir sehr und ist eine herausragende Leistung. Ja, ähm, zurück zu Federer. Ähm, ich hab, äh, also das, äh, wollte ich eigentlich nicht unbedingt jetzt, äh, sagen, aber, äh, ich kann's ja sagen, äh, ist egal. Ähm, ich hab auch, äh, eine Träne verdrückt, bin ich ganz ehrlich. Ähm, weil es gab Momente einfach, die waren, die werde ich niemals, wenn ich jetzt schon wieder daran denke, kriege ich Gänsehaut, dieses 2017er Comeback gegen Rafa im Finale war für mich, oder wahrscheinlich nicht nur für mich, äh, für den Rest der Tenniswelt wahrscheinlich genauso, ein, ein unglaubliches, nicht in Worte fassbares Ereignis. Äh, also erstmal, wie der gespielt hat, also, wie kann man eine einhändige Rückhand gegen Rafa jedes Mal im Aufstieg nehmen und mit 100% reinzimmern, ist mir unbegreiflich, ist mir unbegreiflich, ich kann es nach wie vor nicht fassen, da war ein Ballwechsel dabei, meine Fresse, war das krank, war das krank, haben die gespielt, das war unmenschlich, das war, ich, ich kann das nicht, also, ich weiß noch, äh, wie ich geschrien hab vom Fernseher, bei, da war ja fast jeder Punkt ein Highlight, ich bin ausgerastet, wirklich, ich bin ausgerastet und es war episch, es war absolut episch und für mich persönlich das beste Match, was ich jemals gesehen hab, das war das beste Match, was ich jemals gesehen hab, von der Spannung, vom Level her, auch von der, von der Dramaturgie, dass die beiden nach einer Verletzung zurückkommen und in dem Finale stehen, einfach, einfach, einfach unnormal krank und, äh, ja, so eine, so eine Sachen hat der ja am, am Fließband produziert, vor allem natürlich auch die anderen beiden, aber er auch und das, das muss man auch sagen, also ich, was ich immer so, was ich immer so traurig fand, war, dass er bestimmte Sachen einfach nicht, ähm, gewonnen hat, also dieses 2019er, äh, Finale gegen, gegen, äh, Djokovic war übertraurig, dass er, dass er gegen, äh, Djokovic bei den US Open auch mit Matchball verloren hat, ist auch übertraurig und, ähm, ja, von so ein Matches hat er ein paar gehabt, auch gegen, gegen, gegen Rafa und der größte Wermutstropfen für mich, äh, ist tatsächlich, ähm, dass er die French Open nur gewonnen hat, weil Rafa gegen Söderling ausgeschieden ist und da muss man sagen, äh, ähm, und das ist ja auch kein, das sind ja Fakten, das ist ja keine Meinung, das sind ja Fakten, die anderen beiden, die haben Roger auf seinem, in seinem Wohnzimmer besiegt, also Rafa hat Roger in Wimbledon geschlagen und Djokovic hat Roger in Wimbledon geschlagen und nicht nur einmal und Roger hat es nicht geschafft, Rafa auf Sand zu schlagen, aber Djokovic hat es geschafft, Rafa auf Sand zu schlagen, also, äh, Roland Garros meine ich und ich meine auch, dass Federer, äh, Nadal, äh, bei den French Open nicht geschlagen hat. Das war ja auch so eine Never-Ending-Story zwischen den beiden und Nadal hat ja nur gefühlt 100, äh, French Open gewonnen, also das war schon krank. Und deswegen ist Roger für mich der, der, der ästhetischste, schönste und, und stilistisch beste Tennisspieler aller Zeiten, wird wahrscheinlich nie wieder einen geben, der so spielt, der so schön dabei aussieht, aber der Beste ist er nicht für mich. Der Beste ist für mich tatsächlich Novak Djokovic und ich hätte niemals gedacht, dass ich sowas sage, weil ich den wirklich überhaupt nicht leiden konnte von, also zu Beginn, jetzt, äh, ist das vollkommen ins Gegenteil umgeschlagen und ich empfinde nur ungeheuren Respekt, Hochachtung und auch, äh, Bewunderung für den, also das ist Wahnsinn. Natürlich für Rafa auch, aber, äh, für mich steht Djokovic nochmal über den beiden tatsächlich. Also für mich ist der, tatsächlich der Goat, wenn es darum geht, ist für mich tatsächlich Novak Djokovic und, ähm, mein Gefühl, das sagt mir mein Gefühl, mein Gefühl sagt mir einfach, äh, dass er es auch verdient hat. Mehr Grand Slams zu gewinnen als die anderen beiden. Das sagt mir mein Gefühl, äh, nicht, dass ich es unbedingt will, aber es ist einfach mein Gefühl, also vom Gefühl her hätte ich gewollt, dass, dass, dass Roger das schafft, aber die, die, wie soll ich sagen, von der, aus der, aus der Sicht, wer, wer hat das meiste, ähm, wer hat die meisten Grand Slams verdient anhand der Leistung, dann sagt mir mein Gefühl einfach, Djokovic ist einfach so. Was soll ich machen? Äh, kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie du das siehst. Ja, also, wie gesagt, das, das Video hier hat auch kein Konzept oder sowas oder keinen roten Faden. Ich wollte einfach nur meine Gedanken mal zum Thema Roger Federer teilen. Es ist todestraurig, dass er jetzt, äh, nicht mehr im Start ist und dass er, dass wir ihn nicht mehr auf der Tour sehen werden. Ich gehe ganz stark davon aus, dass er trotzdem dem Tennis erhalten bleibt, weil er, äh, ohne Tennis, glaube ich, nicht existieren kann. Und das ist, das spricht auch für ihn. Ähm, ja, die Welt liebt ihn. Ich liebe ihn. Und, äh, ja, es ist, es ist ja immer schade, aber es ist so. Und das ist eben das Leben. Und, äh, ich bin jetzt auch 40 und ich merke leider auch, wie der Körper lag und nach langsamer wird und vor sich hin zerfällt. Das ist extrem traurig. Und als, als Sportler, also gerade, äh, wenn du jeden Tag, äh, stundenlang Sport machst, habe ich ja auch gemacht, mein Leben lang. Und nicht nur Tennis, sondern eben alles, Beachvolleyball, Fußball, was weiß ich, über alles, mache alles, Wassersport, alles mögliche. Und wenn du merkst, dass du anfangen musst mit deinen Kräften zu haushalten, ist einfach, einfach upturn. Und wenn du merkst, wie der Körper nach und nach nachlässt, ist einfach richtig kacke. Ja, ähm, deswegen wird es vielleicht auch für mich Zeit, meine Karriere zu beenden. Die, die ich nie hatte. Na gut, ja, das war's hier vom Video. Roger, Federer, ein großes Küsschen und alles Gute und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao, Markus von MeinTennisGame. Ciao.